Grüß euch, ich bin die Lisa Grafnäder, ich bin im zweiten Lehrjahr. Ich wollte seit der Volksschiffreiserin werden und habe es halt auch durchgezogen. Und ja, ich wollte einfach nicht in die Schule weitergehen. Es ist einfach die beste Lösung, weil man hat ein perfektes Team und es passt perfekt. Ich muss nicht so lange in die Arbeit fahren und ja. Ich habe dadurch, dass ich nicht so lange in die Arbeit fahren muss, eine Zeit für Hobbys und so. Ich bin bei der Feierabend bei der Landjugend, das geht recht fest. Und ich würde es jedem weiterempfehlen, einfach eine Lehre zu machen, weil man einfach sein eigenes Geld verdient und es ist einfach perfekt.